Make sure you're looking pretty good for the camera Got your nails manicured in your hair cut you Du ring'n im Auge Seh' ich euch Kann gut sein Doch wissen tut man das noch nicht No Zack Kasalski Anna du hast eine richtig lange Nase mit Pinnockel auf dem Bild Ui Speziale Restaurante Speziale von Pommes Was sind das hier? Das ist jetzt aber doof Der ist halt echt dumm Der ist gut Nein Mach das so Der ist ja auch kacke Ey Der ist ja noch besser Was sind das für Gimmelglöcke? Also der ist gut Oh fuck Nein Doch nicht abspielen Oh lol Wie so drück ich noch unten Oh es geht ja noch weiter Oh man Was mach ich hier für ne Scheiße Ey was sind das für Blöcke hier Jetzt mal ohne Witz Ich hab grad zweimal komplett reingefehlt Wieso 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 fällt er da runter Das ergibt einfach Gar keinen Sinn Man ich brauch den Scheißblock hier nicht Kinder finde ich nicht so toll Tut mir wirklich leid Wie oft krieg ich diesen Scheißroten nochmal Ich will den nicht Den kann ich absolut gar nicht gebrauchen Nein Ne Ne Oh fuck man Ich hab richtig schlecht gebaut Bei mir ist viermal einer runtergefallen Scheiße gebaut Weil ich links nichts reinsetzt Äh rechts nichts reinsetzt Dann hab ich einmal gefailt Und dann kommt dieser Scheiß Viereckige Den ich nirgendwo anders hinsetzen kann Absoluter Betrug OOOH 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 Stack Giveaways Junge Wo ist die Scheiße OOOH Ist das unlucky OOOH 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 Oh ich hab sogar einen mehr Alter oder Ja eben Was die eben auf meine Scheiße hochladen Ey Ja Okay Dann auch mach Dann auch mach Dann auch mach Ding Ding fault Scheiße das war jetzt schon wieder richtig kack d Das für nen Scheiß Pew Das von scheiß Freue ich nicht. Loll, der Wetter war weg. Danke für hast'n Block. Ich benutze dich nie wieder. Loll. Fieder verdrückt, alter. Ach komm. Nein! Oh, was? Ah, wie gefällt euch das? Fuck. Nein! Bitte nicht! Oh, nice. Danke. Ich krieg den jetzt hier nicht mehr weg, oder? Ach komm schon. Was machst du denn da, Arne? Ich will den da weg haben! Ja! Nee, nicht mehr hin. Alter, was mach ich hier für den Mist, Alter. Scheiße. Ich hab Druck! Ich hab ein paar Arnen dran. Alles kommt gut. Der ist jetzt auch noch schief. Lass mich rollen. Oh Leute, was mach ich hier? Nein! Oh, das hält! Loll, der hat's ... Das hält. Leute, der hat's hält ... Leute, der hat's hält. Leute, der hat's hält ... Leute, der hat's hält ... Das hatte ich nicht im Quadrat. Hume? Nein, nä. Mein Quadrat hat sich grade dann gedreht und als ich setze wollte ist mit der Ecke aufgekommen. Das ist ja ein Witz. Ja, ich fack euch jetzt einfach nur noch ab, weil ja... Ja, das ist so... Äh, NEIN! Ich bin im Kack-Eis! Loll! Hä? Hä? Bei mir war bei Nils kein Counter, ja. Bei mir auch nicht. Frechheit. Mein Turm ist höher, what the fuck? Warte mal, ach nee, das war aber ernst. Warte mal, komm. Bin bitte. Normales Rätsel. Da oder da? Wir machen da rein. Hm, das ist jetzt scheiße. Das ist echt scheiße, was mit dir. Kack. Alter, was? Ja. Oh. Oh, oh. Oh, endlich so ein langer hier, Alter. Ja, echt so ein langer Lulatscher, der passt gut. Oh, jetzt pass auf. Alter, guck dir das an! Ich hab ne Errungenschaft gekriegt, grüner Dau. Oh, was auch immer die macht, muss ich mir gleich mal abgucken. Wahrscheinlich so und so viele... Ich hab keine Ahnung. Ey, ne, das ist ja jetzt ein Scheißblock. Der ist kacke. Ja. Nicht runterrutschen. Oh, bleib doch da liegen. Mann, das wär die geilste Runde ever gewesen, wenn der jetzt runtergefallen wär. Jetzt hält der doch auch nicht hier. Fuck, der hält nirgends. Ja, komm. Mal gucken, was die Jungen schaffen. Ja, wahrscheinlich sexuell. Verbinde sieben Ziegel mit... Sieben? Was ist das denn? Oh, jetzt hab ich nicht hingeguckt, ey. Ja, wo sind da drei, ey? Erzähl doch keine Geschwisse, ey. Drei. Du, das Spiel kann auch nicht zählen, Alter. Oh Mann. Was ist denn da, was passiert jetzt? Wie er wieder so innerlich auseinanderbricht, ey. Teil nach links und Teil nach links. Einfach alles umgefallen, ey. Verbinde sieben Ziegel mit nem EV-Zauber. Ey, Zauber, 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 Zauber. EV-Zauber. Haben fünf Prozent aller Spieler geschafft. Ich bin eingeschlossen. Ne, bei 100 Prozent, das Spiel nicht länger als fünf Minuten spielen, ey. 100 Prozent? Hä, ich spiele das länger als fünf Minuten, ihr auch. Nein, tun wir nicht. Alter, er will doch Wiese-Peter. Ich bin kein Wiese-Peter, ich bin ein Realist. Wiese-Peter. Was ist das nass? Hast du das? Was? Was ist das nass? Ach nö. Voll im Speedrun-Modus. Freunde. Höh? Ach komm ey Oh man ich hab doch schon wieder verloren Hier bitte Arne Es war leid für dich Arne Ey nö Hör doch auf zu shaken alter Bitte ich kann dich richtig setzen hier Och scheiße da wollte ich gar nicht so setzen Hör doch bitte auf zu shaken Ganz einfach Ey nö Kann ich hier nicht setzen Wieso hast du den denn weg gemacht Weiß ich nicht Hab mich verklickt Ich hoffe meine Magie in Frage zu stellen Alter wenn das nochmal weiter shakt Das holt immer mehr aus Alles klar Ey ich Ihr könnt alleine spielen Dieses Spiel ist absolute Rotze einfach Wieso Ich habe drei Blöcke Der ist komplett weggeshakt Bin auf Karl Als ob so ein Gülle-Turm wie Arne den abbaut Höher sein kann als meine Absolut Frechheit Oh ich habe wieder eine Chance noch zweiter zu werden Ich muss wieder anfangen Was mache ich hier Oh ja bitte gib mir Jetzt geht's los Freunde Oh eine Plattform Ich baue jetzt auf der Plattform weiter Ja Ich bin vorhagen Diese Fähigkeit da ist absolut lucky für dich gewesen Hä Was ist das überhaupt für eine Fähigkeit Die hatte ich noch nie Ich bin nur komplett am Sack Wir sind echt perfekt gerade aufeinander auf Aber wir gehen immer voll zur Seite Einfach nur schräg hoch Ey das ist ja so Wir waren perfekt aufeinander Ja zweiter Lächerlich Lächerlich Was ist das denn? Was ist das denn? Ich stehe hier einfach voll in die Mitte Wer baut mir denn da schon wieder nach? Ich bin es nicht Fuck Oh Hält doch nicht Hält doch irgendwie Warum auch immer Nein nicht der Ach komm das ist doch Ein Huren Scherz Huren Scherz Huren Scherz Huren Scherz Was ist denn ein Huren Scherz? Was ich aber auch nicht Ein Krack Scherz Viel schlechter Da brauchst du aber viel zu Arne Nächste Oh hat er aber noch gut gelöst Arne war gar nicht Arne Ich verwechsel euch die ganze Zeit Da links Ja Der passt doch Nächste passt dann auch noch Oh Ja da drauf auf den ganz links Das hält nicht Doch das hält Das hält nicht Das hält Das hält Ich will nicht verlieren Patze hier Sag Hättest du den probiert Nils alles Hätt ich den nicht gehalten Hätt ich den probiert Wär mal ein halber Turm umgefallen Nein dann hättest du gewonnen Der hat vorher schon gewackelt Als ich den da reingeknallt habe Der wär komplett umgefallen Ganz in Ruhe Ich war es immer falsch Dass ich hier zu schnell baue Wieso baue ich hier so fast wie fast Soll ich mal ein War das Spezial? Arne völlig überfordert Ich muss einfach nur in die Breite bauen Muss ich doch jetzt hier erstmal überlegen Ey Das ist Welle 2 ey Deine Mutter ist Welle 2 Auch gut dass ich die Plattform da habe Der denkt die Plattform ist meine aktuelle Ja ja das denkt halt echt Ich seh jetzt keine Plattform mehr ey Die ficken mich Ich seh ich seh nichts Guck dir meinen Play an alter Alter bau ich Müll Nein Wenn ich den jetzt nicht mehr drehen kann Hallo Was ist das denn für ein scheiß Ding Ich hab da Platz für Kein Problem Ich muss alles nebeneinander machen Alter wie breit baue ich hier bitte Ach man den wollte ich gerade setzen Nein Ne Ich hab einen schief gesetzt Ich bin am Arsch Ich hab alles schief gesetzt Das ist jetzt belastend Den einen müsste ich irgendwie weg machen Ich baue einfach dumm rum Das ist jetzt mein Plan Oh ja guck hier Perfekt Nein Ich hab Eis mit Stein Das ist dann trotzdem Eis Ich saß ja behindert Oh nein das rutscht ja weg Das ist ja Ich hasse Eis Ey Das ist der breiteste Turm Den ich jemals gemacht habe Alter Da fällt bei mir einfach alles einzeln um hoch Ich kann den nicht setzen Ich auch nicht Ich weiß gar nicht was ihr habt Ja bei mir Einfach ein Missgebotenstein kam bei mir Ne Diese drei großen haben mich komplett gefriggert Die konnte ich nicht setzen Egal wohin Konntet ihr alle nicht setzen Das ist so ein Betrug Konntet ihr alle gießen Ich hatte neben deine doch Konntet ihr doch alle nicht setzen Warte du bist auch zweiter geworden Was willst du eigentlich Junge ich hatte so einen geilen Turm Der hat null geshakt Und dann diese Kacke Wie viel hat der geshakt Ich hab's nicht ganz gehört Ich hab's auch nicht ganz gehört Terror Das ist doch schon der Kacke Dieser Blut hier Der steht auch Das stinkt einfach Riechert nach Magie War richtig hart Alter Man der ist doch genauso Reulig Wie so fällt der runter War an einfach jeder Block Scheiße Fuck Wieso ist der denn jetzt so runtergefallen Das ist doch schon wieder in Akzeptabel Ich baue so schlecht Was hast du denn an? Ich hab's bis eben auch noch nicht gesehen Was ist das? Ich baue so schlecht NAAA Bei mir ist einer runtergefallen Aber ist eigentlich ganz okay hier Warte her Scheiße jetzt Mann die wölben sich so ekelhaft ey Hört mal auf damit Er wölbt sich Meine Blöcke Oh den haue ich da unten rein Alter Was mach ich mit dem hier? Das ist doch scheiße hier Oh mann nee Egal ich kann noch weiter bauen Ist noch nix verloren hier Oh Okay meine einzige Chance ist Dass der da hält Er tun's nicht Er tut's nicht Ah der Merci Tschüss Ahne Nööró Adsen Hat er über die vielen Freiräume bei mir gelassen Loll Oh 1 o Loll Das ist ja lächerlich Arne Dritter als 1 Ja ich hab gewonnen Am Nö Perfect Adarle Alex mir gewonnen Egal nicht L으� MY Na würde mich schon anstinken So kacke zu sein wie Arne. Ja, mich auch.